servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal es ist endlich soweit die ersten beiden gilden stehen vor sylvanas im hc nein mythic natürlich und das bedeutet dass race to world first nähert sich so langsam schon den endzügen wobei jetzt halt nicht sicher ist wie lange die gilden vor sylvanas brauchen werden wir wollen uns also mal angucken wie das race im top ten bereich gerade aussieht ziemlich cool fan warcraft logs hat dafür auch echt eine nice übersicht mittlerweile gemacht wo ihr hier ein ticker habt das refresht alle 30 sekunden welche gilde welchen boss getötet hat wie viele puls sie dazu gebraucht haben hier sehen mal ecco hat rocalo in 16 puls umgeknallt während limit das ganze in 54 gut in dem fall konnte ecco ein bisschen gucken wie limit den boss gespielt hat und vielleicht optimieren auf der anderen seite sehen wir jetzt dann hier oben am heutigen tag sind die kills bei kaltusat gekommen mit ich ehrlich gesagt nicht gerechnet hätte wir haben ecco defeats kaltusat after 22 puls also 22 puls und limit hat dafür 71 puls benötigt und jetzt sagen wir mal gespannt wie lange das ganze dauert bis sylvanas dann letzten endes dead ist hier auf der übersicht sind auch einzelne streams verlinkt beziehungsweise könnt ihr hier wenn ihr darauf klickt auf die einzelnen gilden mehr infos zu den gilden bekommen also wir haben ecco auf 1 limit auf 2 beide 9 vor 10 beide jetzt an sylvanas wir haben method auf p3 die an kaltusat dran sind 65 25,6 prozent der beste pull könnte theoretisch dann sogar heute auch noch liegen big dump golden guardians sind bei 8 von 10 feldscriber rocalo waren scheinbar noch nicht an kaltusat dran pieces ist bei 7 von 10 ist auch gerade am feld an feldscribe dran instant dollars bei pain smith rasnall und version erste deutsche gilde ist da auch dran 13,6 prozent bester try also die sind schon ziemlich weit im fight genauso fat shark yes bei 14,2 73 puls sind sogar noch ein bisschen schneller dann haben wir noch impact da verbirgt die gilde wie weit sie sind halzion ist ebenfalls bei rasnall 39,8 prozent und so kann man das ganze jetzt hier noch bis nach unten durchführen die ersten 20 gilden sind alle gelistet schauen wir mal wie es da jetzt weitergeht und vor allem wenn es jetzt die ersten looks in den sylvanas mythic fight gibt da bin ich mal sehr sehr gespannt in diesem sinne danke fürs zusehen ich wünsche euch noch eine gute zeit habt noch ein schönes wochenende bis zum nächsten video reingehauen